Und jetzt? Halt! 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 Ich schieße! Da war was. Eine hatte was in der Hand. Das sind ja Kinder. Los, Verwandtszeug. Schnell! Stolte, Stolte. Was sagt er? Ja, ich weiß es nicht. Das bringt doch nichts. Albrecht! Spasiba. Spasiba, товарищ. Schon gut. Schon gut. Es wird alles gut. Es wird alles gut. Es wird alles gut. Spasiba. Spasiba. Frau Marquinha. Er ist tot. Und wenn schon, lass uns abhauen. Los! Was ist hier los? Mach Meldung, jung Mann. Gauderker, melde fünf Kriegsgefangenen auf der Flucht erschossen. Ist das der letzte? Jawohl. Geh mal zur Seite, Alter. Vater, nein! Ich mag es nie wieder, mir in der Öffentlichkeit zu widersprechen. Hast du verstanden? Ob du verstanden hast? Ja, Vater. Gut gemacht, jung Mann. Weiter jetzt. Es sind noch genug da draußen. Los! Setz dich in Bewegung, aber schnell! Gauderker, wir... Ich dachte, wir wären beim Du. Ja, natürlich, Heinrich. Guck mal, Heinrich. Los, weiter! Jetzt reiß dich doch mal zusammen. Ich soll mich zusammenreißen? Wissen Sie eigentlich, was wir gerade getan haben?